Wir sind die Firma Asati Elektronik. Unsere Aufgabe ist die Reparatur und die Instandhaltung von Industrieelektronik und Antriebssystemen aller Marken. Also bei Asati braucht man als Elektroniker, klar, die Ausbildung zum Elektroniker, Geduld, Feingefühl, Spaß am Löten, Schrauben. Das war immer mein Traumjob. Und ich kann sagen, das ist einer von den besten Arbeitsplätzen, was die Arbeit und Qualität betrifft. Jeder hat quasi sein Spezialgebiet, also Frequenzumrichter, Netzteile, Terminals. Also hier bei Asati kann ich eigentlich überhaupt keinen Kollegen weckern. Wir sind wie in einer Familie. Die Atmosphäre ist auch wirklich super. Wir reparieren ohne Schaltplan, wir reparieren ohne Dokumentation. Man ist sehr selbstständig hier. Außer man kommt halt auf keine Lösung, da kann man einfach zu einem Kollegen hingehen und die sind einem hilfsbereit. Sie sind begeisterte Elektroniker, sie haben Spaß an täglich neuen technischen Herausforderungen. Wenn das der Fall ist, willkommen bei Asati Elektronik.